So, hallo liebe AGES-Mitglieder, ich bin's wieder, die Raffaela und heute mache ich mit euch ein kleines Bauchworkout. Ihr habt euch alle ein Bauchworkout gewünscht, wir machen zusammen ein Bauchworkout. Ihr könnt es nach Belieben eine Runde machen oder ihr macht es dann zwei, drei Runden. Wenn ihr es schon ein paar Mal gemacht habt und ein bisschen anspruchsvoller eure Bauchmuskeln trainieren wollt, macht ihr einfach noch eine zweite oder eine dritte Runde, startet das Video jederzeit einfach wieder neu. Lasst uns das zusammen machen, ich hab Bock drauf, ich hoffe ihr auch. Los geht's! Wir starten liegen, die Füße sind aufgestellt, Hände locker an den Kopf, wir crunchen nach oben. Wenn dir das zu anstrengend ist, nimm die Hände vor die Brust. Beim nach oben gehen atmen wir aus, beim tief gehen ein. Wir machen noch fünf, vier, drei, zwei, eins und lösen. Leg die Hände am Boden ab, streck die Beine nach oben. Im Wechsel ein Bein heben und senken wir. Okay, das sieht gut aus. Wir wechseln beide Beine. Hebt und senkt eure Beine nur so weit wie für euch möglich. Beim tief gehen achtet darauf, dass ihr die Spannung im Bauch und im Rücken halten könnt. Wenn ihr merkt, die Spannung ist weg, senkt die Beine einfach nicht so weit ab. Perfekt, noch acht, sieben, die letzten sechs, wir machen noch fünf, vier, nur noch drei mehr, zwei, einer und lösen. Überschlag eure Fußgelenke, Hände kommen wieder an den Kopf, wir crunchen nach oben und ziehen auch zeitgleich unsere Knie Richtung Ohren. Wir versuchen unseren Po vom Boden zu lösen. Macht euch oben so klein wie möglich. Noch fünf, vier, drei, zwei, einer, noch Atmen nach oben, haltet für fünf, vier, drei, zwei, eins und lösen. Mit bisschen Schwung kommt nach oben. Haltet euch zuerst an euren Oberschenkeln fest. Wir lehnen uns leicht zurück. Rücken ist gerade. Wir heben im Wechsel ein Bein. Wir lösen jetzt die Hände. Wenn ihr sie seitlich nehmt, wird es schwieriger. Habt ihr sie nah neben den Knien oder sogar vor der Brust, wird das Ganze schwieriger. Lehnt euch noch ein Stück weiter zurück. Wenn ihr keine Spannung im Bauch und keine Anstrengung spürt, und wir machen die letzten vier pro Seite. Zwei, einer und haltet hier beide Beine nach oben. Halten, öffnet. Vier, drei, zwei, eins und lösen. Macht euch einmal lang, kurze Pause. Und kommt dann in den Stütz. Wir ziehen im Wechsel ein, Knie nach vorne. Gerne bei belieben Tempo verdoppeln. Ansonsten, schön in deinem Tempo ein, Knie nach vorne zieht. Wir machen noch vier. Drei. Zwei. Einer pro Seite. Und haltet vier. Legt die Knie langsam ab. Und dreht euch noch mal auf euer Gesetz und legt euch tief ab. Füße kommen nach oben. 90 Grad ungefähr im Hüften und im Kniegelenk. Arme strecken nach oben. Diagonal. Ein Arm und ein Bein heben und senken. Wenn ihr wollt, hebt die Schultern mit an. Ansonsten bleibt der Kopf und die Schultern am Boden. Noch acht. Sieben. Noch sechs. Noch fünf. Die letzten vier. Drei. Zwei. Einer. Und lösen. Kommt wieder mit ein bisschen Schwung nach oben. Kurz verschnaufen. Wir öffnen. Ich rutsche ein Stück nach hinten. Wir öffnen. Und ran. Öffnen. Macht euch klein. Versucht wirklich die Hände Richtung Knöchel zu bringen. Hopp. Wenn es nicht möglich ist, Hände unter den Waden zusammenbringen. Hopp. Perfekt. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Und kurze Pause. Macht euch noch einmal lang. Streckt euch. Wir gehen in den Seitstütz. Eure Ellbogen ist unter eurer Schulter. Füße entweder übereinander oder voreinander. Wir heben und senken unser Becken. Perfekt. Bauch ist schön fest. Po backen sind angespannt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einer. Und wechselt auf die andere Seite. Ich drehe mich auf die andere Seite, damit ihr mich von vorne seht. Ihr dürft euch einfach umdrehen. Auch hier heben und senken. Die Hüfte. Perfekt. Bauch fest. Po fest. Noch acht. Sieben. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Kommt noch einmal in die Plankposition. Entweder kommt ihr nach unten auf den Unterarmstütz oder ihr geht nach oben in den gesamten Stütz. Wir ziehen seitlich unser Knie Richtung Schulter. Und lösen. Kommt noch einmal aufs Gesäß. Legt euch langsam ab. Beine nach oben. Arme nach oben. Und wir versuchen mit unseren Händen nach oben Richtung Fußgelenke zu schieben. Ich schnaufe auch schon, meine Lieben. Ich hoffe, ihr auch schon ein bisschen. Und haltet hier. Halten. Hände sind ganz locker. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Noch einmal lang machen. Streckt die Beine nach oben. Wir gehen noch einmal ins Beine. Heben und senken. Tief. Und nach oben. Gerne Hände nach oben strecken. Tief. 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 Hier ist es wichtig. Macht so viele jetzt, wie ihr könnt. Dann habt ihr die Runde geschafft. Wenn ihr aufhört, einfach kurze Pause machen. Und das Bauch-Workout. Noch einmal von vorne starten. Wir machen noch vier gemeinsam. Drei. Zwei. Eins. Und ihr macht weiter. Haltet durch. Startet das Bauch-Workout. Alternativ noch einmal von vorne. Bleibt dran. Bleibt daheim. Nutzt alle eure Möbel oder sonstigen Hilfsmittel im Haushalt. Und trainiert, was das Zeug hält.